Hello ihr Lieben! Das hier ist kein typisches Hauptkanal-Video und es tut mir sehr, sehr leid. Aber für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe Next Up gewonnen. Yay! Und deswegen bin ich diese Woche die ganze Zeit im Space und lerne ganz viel und sehe ein bisschen fällig aus irgendwie, aber eigentlich ist alles gut. Es ist nur wahnsinnig viel zu lernen und zu sehen und ich hatte einfach keine Zeit, ein schönes Video für euch zu machen. Ich habe so eins angefangen, was aber nicht wirklich gut werden würde. Deswegen gibt es dieses kleine, knackige, kurze Video, in dem ich mich entschuldige. Nein, sorry. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es für euch auch mal ganz spannend zu sehen, wer hat eigentlich noch alles Next Up gewonnen? Was sind das für Leute? Und deswegen zeige ich sie euch jetzt. Hallo, ich bin Jette und auf meinem Kanal findet ihr so voll viel Mädchen-Kram und ich glaube, es ist ganz interessant, da mal vorbeizuschauen. Also ja, wollte mich freuen. Hallo, mein Name ist Grace und mein Kanal heißt Nulia Cooking und da gibt es sehr leckere Rezepte für asiatisches Essen, zum Beispiel aus Malaysia, wo ich in Deutschland komme. und andere asiatische Rezepte kann man da aufbauen. Aber authentische. Authentische. Ja. Richtig. Hallo, ich bin die Nina und auf meinem Kanal bringe ich die Liebe zurück auf YouTube. Ich bin ein bisschen wie Mary Poppins. Ja, komm zu mir. Okay, ich mag mich. Und ich auch. Also ich bin Jerry und was gibt es auf meinem Kanal? Auf meinem Kanal gibt es ganz viel Poesie und Poetry, wo ja, richtig, richtig Niveau und Intellektuell ist. Oh my God, so intellektuell. Und ganz viele Gedanken, teilweise politische Sachen, teilweise aber auch so Sachen, die einfach hier beim Kopf rumschwirren, wie lästern und alles und so. Jerry ist ein Denker. Und Französisch. Ja, natürlich. Okay, das kommt jetzt sehr falsch rüber, glaube ich. Hallo, wir sind DCCM aus Berlin. Wir haben auch Next Up gewonnen. Und wir machen aus Pop-Versionen Metal-Stücke. Umgekehrt. Geil. Hi. Hi, ich bin Dylan und ich mache Mode, Lifestyle, Fashion und Reisen, aber weniger Mode, Lifestyle in nächster Zeit, sondern mehr Reisen und Vlogs und coole Sachen. Schaut vorbei. Hallo, ich bin ein Dillen, ich mache kein Tootshot, Toomcraft. Hallo, ich bin Liz und auf meinem Kanal gibt es hauptsächlich Do-It-Yourself-Videos und alles um kreative Themen und kreative Leute. Und Liz ist toll, geht Liz abonnieren. Hi, ich bin Kleiner Bahanna und das ist meine typische Zuschauerin, die ich mache Comedy und wenn man Mr. Trashman fragt, auch ein bisschen Beauty. Wow. Das nicht wirklich stimmt, aber... Ich bin Sean Dott von Chili Chopsticks und mache Kurzfilme gepaart mit VFX. Gibt es Explosionen? Ja. Ich bin André Teilzeit und ich mache auf meinem Kanal Videos über psychische Erkrankungen und soziale Gerechtigkeit. Hi, ich bin die Karin und auf meinem Kanal gibt es Unterhaltung, Comedy, Entertainment, manchmal Musik, manchmal auch was ganz anderes. Coolen Scheißmann. Hallo, mein Name ist Karo und mein Kanal heißt Go-Keepers. Auf meinem Kanal mache ich Battles, Tests und Tutorials. Geil. Wunderschöne gute Tage, liebe ich bin Phil 27 Jahre alt. Was kommt man zum München? Ich mache auf meinem Shady healthy food Rezepte, das heißt Rezepte für Sportler, Rezepte für Kraftsportler mit Fokus auf einfache Zutaten, High Protein, unglaublich lecker und unglaublich einfach. Schaut euch mal gerne mit mir vorbei. Auf jeden Fall. Hallo, tippe. Wir sind die Junggesellen, mein Name ist Selman. Und ich bin der Typ. Das Typ. Wir machen unter anderem Drop the Beat Videos, das heißt ein bisschen gerappt. Wir machen viel Comedy Videos und wir machen auch ein bisschen so Musik rein und wir machen auch ein bisschen... Allerdings wollen wir gar nicht so viel verraten, am besten schaut ihr euch halt auch selber. Das stimmt. Und Nummer 16 bin ich, mich kennt ihr. Das war gar nicht so leicht, hier alle zusammen zu sammeln, weil wir alle rumbuseln und alle versuchen so viel wie möglich zu lernen irgendwie. Wir sind alle unterschiedlich und trotzdem sind wir alle gleich, weil wir das tun, was wir lieben und weil wir uns alle darüber freuen, glaube ich, dass wir hier so viel lernen können. Ich habe mich jetzt hier gerade mal in dieses Set hier verkrochen. Ich bin nicht irgendwo am U-Bahnhof, obwohl das hier echt so aussieht. Und dieses Set rockt. Dann läuft ein Workshop zum Thema Ton, wo ich gleich wieder reinflitzen muss, damit ich das auch alles lernen kann. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere für euch dabei, der interessant ist. Dann guckt gerne in die Infobox, da sind alle Kanäle verlinkt. Ich lerne hier so viel und ich glaube, ich kann so viele coole Sachen machen. Passt gut auf euch auf. Wir sehen uns am Sonntag zum Kaffee Clash, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.